Die gemeinnützige Caritas Stiftung Österreich bietet die ideale Möglichkeit, dauerhaft zu helfen, wenn einem ein bestimmtes Thema besonders am Herzen liegt. Als Unterstützer können Sie ihr Vermögen eine soziale Rendite erwirtschaften lassen und damit nachhaltig wirksame Hilfsprogramme und Sozialprojekte unterstützen. Die Caritas Stiftung Österreich bietet viele Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Zum Beispiel über eine Zustiftung, also Ihre eigene maßgeschneiderte Stiftung unter dem Dach der Caritas. Zu einem Anliegen, das Ihnen persönlich besonders wichtig ist. Oder über die Erträge aus Ihrer Vermögensverwaltung, während Ihr Vermögen selbst unangetastet bleibt. Alternativ ist es auch möglich, größere Beträge, Immobilien oder im testamentarischen Sinne zu spenden. Egal welche Möglichkeit Sie in Betracht ziehen, der entscheidende Vorteil ist, dass Ihr Projekt nachhaltig über mehrere Jahre wirkt und Sie es selbst mitgestalten können. Je nach Projektland haben Sie auch die Möglichkeit, sich direkt vor Ort von der Wirkung Ihrer Hilfe zu überzeugen. Und Sie erhalten laufend eine umfassende Berichterstattung über die Fortschritte Ihres Projekts. Die Bandbreite reicht dabei von Bildung für benachteiligte Kinder über Integration, Wohnungslosigkeit, Hospiz, Demenz und Inklusion bis hin zur nachhaltigen Bekämpfung von Hunger. Handlungsfelder gibt es in Österreich und weltweit. Unter dem Dach der Caritas Stiftung ist Ihr Vorhaben dabei steuerlich besonders begünstigt und über das internationale Caritas-Netzwerk weltweit mit seriösen und professionellen Partnern verknüpft, damit Ihre Hilfe schnell und unbürokratisch dort ankommen kann, wo sie wirklich gebraucht wird.